Echte Fans können es kaum mehr erwarten. Die lang ersehnte Let's Dance Weihnachtsshow 2024 steht mit einem spektakulären Programm bereits in den Startlöchern. Nach der diesjährigen Let's Dance Staffel kehrte vorerst Ruhe auf dem Tanzparkett ein. Damals überzeugten Gabriel Kelly und Malika Chumev auf ganzer Linie und holten sich den Sieg. Unvergessen dürfte ihrer atemberaubenden Performance, Romeo und Julia, sein. Aber die Fans müssen sich nicht bis zum Frühjahr 2025 gedulden, denn RTL plant wie in den vergangenen Jahren ein Weihnachtsspezial der beliebten Tanzshow. Der Sender hat bereits die Termine für die Ausstrahlung des Specials angesetzt. Bereits in den Jahren 2013, 2022 und 2023 zeigte RTL mit großem Erfolg die Weihnachtsausgabe der beliebten Tanzshow. Kein Wunder also, dass auch in diesem Jahr die Fans mit einem Special zur weihnachtlichen Zeit verwöhnt werden. Schon jetzt brodelt die Gerüchteküche über mögliche Teilnehmer für die Let's Dance Staffel 2025, wie Mannheim24 berichtet. Laut der bisherigen Planung soll die Weihnachtssendung am 20. Dezember um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen sein. Unter dem Motto, große Weihnachtsshow, treten die Teilnehmer gegeneinander an. Dabei müssen sie ihr Können in je zwei Tänzen unter Beweis stellen. Der Sieger des Specials wird zum »Christmas Dancing Star« gekürt. Damit es auch schön weihnachtlich zugeht, tanzen die Paare zu ausgewählten Weihnachtsliedern. Welche »Let's Dance«-Teilnehmer für das Weihnachtsspezial sind bekannt? Schon jetzt stehen offenbar einige Teilnehmer der »Let's Dance – Die große Weihnachtsshow« 2024 fest. Der aktuelle Sieger der letzten Staffel Gabriel Kelly wird mit seiner Tanzpartnerin Malika Tchumef mit dabei sein. Darüber hinaus werden wohl auch Evelin Bordecki und Vadim Gabusov sowie Julia Biotics und Zolt Sandor Tschecke als Teilnehmer beim Weihnachtsspezial erwartet. Ebenso sollen René Kesseli und Katrin Menzinger dabei sein. Mit von der Tanzpartie sind zudem Toni Bauer und seine Tanzpartnerin Anastasia Stann. Außerdem werden auch Amira Ali und Valentina Lusin das Tanzbein übers Parkett schwingen. Kürzlich wehrte sich seine Frau Renata Lusin gegen schwere Vorwürfe. Wer am Ende von den sechs Paaren den begehrten »Christmas-Dancing-Star« Pokal der »Let's Dance – Die große Weihnachtsshow« 2024 mitnimmt, wird also spannend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 » ó PrBoard districts, 2017 » portrait von Stann MK« öfter » transparent. »